Ich bin hier mit Jussu Ikkonen von Pirinez. Congratulations, der Final Score ist 2-3. Du musst dich glücklich darüber sein. Ja, sicher. Danke. Es war ein guter Gewinn. Ich denke, wir sind in einem guten Platz, nach dem zweiten Spiel zu kommen. Was veränderst du für das nächste Spiel? Ich weiß nicht. Ich denke, wir spielen ziemlich gut. Aber vielleicht nehmen wir einige Penalte und bleiben aus der Box. Also, wir sind ein gewisses Team. Sie können einige Töne gewinnen, wenn wir ihnen die Chance geben. Also, wir sind einfach patient. Und wir sind zuständig. Was war dein Plan für das Spiel? Was könntest du und was nicht machen? Wir versuchen einfach unsere eigene Spiel zu spielen. Wir haben ein paar guter Gäste. Aber wir haben ein paar guter Gäste. Aber wir haben ein paar. Aber wir haben ein paar. Aber wir haben ein paar. Wir haben ein guter Gäste. Ich denke, es ist ein guter Setup für uns. Was sind deine Chancen? Wir haben gute Chancen. Aber sie sind ein guter Team. Also, wir müssen vorsichtig sein. Wir versuchen einfach ein gutes Spiel zu spielen. Und ich denke, wir haben alle die Chancen, es zu erreichen. Danke sehr. Und gute Glück für die nächste Woche. Danke. Danke.